Hallo Brudis und herzlich willkommen zu Kirby's Adventure. Wir waren hier stehen geblieben beim Orangensaftmeer und machen jetzt auch weiter. Und das Orangensaftmeer sieht ja richtig buggy aus hier, muss ich einfach so sagen. Oder vielleicht auch mal ein Emulator oder sowas. Weiß ich nicht, ob es daran liegt. Ich denke aber eher nicht. So, hier unten ist doch vielleicht was, oder? Ja, hier ist die Tür auf jeden Fall gewesen. Oder da früher als hier und wir gehen jetzt erstmal weiter und da könnte auch was sein. Hör auf, mich zu nerven. Okay, zum One-Up komme ich leider nicht hin. Irgendwie anders wäre ich da hingekommen. Wieso kann ich mir jetzt irgendwie denken, dass ich andere Türen benutzen sollte? Ah, leck mich! Ich bin hoffentlich... Hoffentlich... Äh, wissen wir Bescheid, wo es lang geht. Feuerball! Ah, es gibt immer zwei Türen, warum? Leck mich am Hoden. Ach, Alter, leck mich am Hoden. So, ich weiß nicht, wo es lang geht, Mann. Jetzt leck mich, Mann! Meine Fresse, Alter. Auf, Mann! Hör auf mich zu nerven, du Pisse. Und ich bin so blöd. Nichts, natürlich. War klar. Du nerv mich nicht, du Sackgesicht. Alter, bist du behindert, Mann! Ach, ich bin so dumm. Ja, jetzt geh einfach weiter. Ach, leck mich, du scheiß Fisch. Eine umheißene Fente-Fotze und diese kleine Schlampe will mir eine blasen am Wochenende. Ja, das Level ist zu Ende. Wenn da kein Secret ist, dann kann es sein, dass wir gut gelaufen sind. Aber ich glaube, es hat wirklich ein Secret Exit. Wichsit. Oder? Eindeutig. So, dann gehen wir in die andere Richtung, mal. Und beobachten hier mal. So, die erste Tür ist mal rein. Das ist ein bisschen tricky hier. Ah, hier ist ein Boss. Bam! Du Hoden, Mann! Was heißt der Mist jetzt, du Wichser? Du Mistgeburte, Alter. Ich fick deine Mutter. Alter, wie soll man den besiegen? Kommt mal her, Alter. Ich brauche eine scheiß Fähigkeit. Wie willst du den besiegen, Alter? Willst du mich verarschen? Das scheiß Spiel. Leck mich. Das geht nicht. Das geht nicht. Hahaha. Nee. Das wird nicht gehen. So ein Drecksboss. Mann, ich hasse deine Mutter, Alter. Du hast kotzt mich einfach an, sowas. So ein Scheißboss, Alter. Das ist kacke. Sowas mag kein Mensch. Boah, ich baue nur was zum Benutzen. So wird deine fette Mutter, du Hurensohn, Alter. Boah, dann gehen wir wenigstens erstmal hier entlang. Und hier weiter. Leck mich. Wenn diese Tür ist mal rein. Okay. Der ist ein bisschen schwer. Warte mal. Kommt mal bitte jetzt da runter. Kommt mal da runter, bitte. Ah, okay. Aber wie willst du das nach unten machen? Also wie willst du das unten machen, du Pisser, Mann? Das geht doch gar nicht nach unten. Warte mal. Hammer vielleicht? Das kann jetzt sein. Da unten ist bestimmt dieses Scheißviech. Das kotzt einfach an. So ein Scheißbehindertes Level, Alter. Ich liebe deine Mutter, du Hurensohn, Alter. Bist du behindert, Kirby, Mann? Du dummes Viech. So ein dummes, dummes Viech. Sowas hasse ich an, Kirby. Der ist scheiße dumm. Hmm. Wie soll man da jetzt weiterkommen? Ich hab ja auch keinen Bock mehr auf dieses Level, Mann. Das ist so geschissen, Alter. Das ist so scheiße. Warte mal, vielleicht kriegt man was hin. Ach, nee. Wie kommt man da bitte runter? Das verstehe ich nicht. Ach, umsonst alles gemacht, Mann. Ach, ich liebe deine Mutter. Ich liebe deine fette Mutter, du Hurensohn, Alter. Du scheiß Bastard, Alter. Warte mal, das hier vielleicht. Elektro, bitte bitte, Bruder. Bitte lass es das sein, bitte. Nein! Komm, geh raus aus diesem scheiß verfäckten Level. Der Part wird sowieso unendlich viel lang. Wir machen es einfach aufs Gehen. Ich fick eure Mütter, Alter. Ich fick eure fetten Mütter, Alter. Scheiß Level. So, jetzt bin ich bei diesem Bastard und besiegt den mit dem Hammer, Alter. Und Wichsfigur, Alter. Du bist eine Wichsfigur. Hast du mich verstanden, du Pisser? Nein! Nein! Du Roten. Aber dich werde ich noch besiegen, du Wichser, Mann. Alter, was ist der Bastard gut? Das ist ohne Scheiß wirklich so? Leck mich jetzt, Alter, du Viech. Bam, du Viecher, Alter, komm her. Bam. Bam, Alter, du Missgeburt. Hä? Passiert dir nix? Okay, dann sind wir wieder uns dort bei dieser Einstelle. Mit der Fähigkeit Stein kann man das hier kaputt machen. Das ist nice. Oh, geht doch! Oh, geil! Meine Fresse, ey. Das war so schwer. Ich hab ganz auf Random getippt mit diesen zwei Leuten. Wenn man zwei Leute hier bekommt und runterschluckt, dann kriegt man hier einen Mix raus. Geil, so ein UFO! Das behalte ich, Bro. Na! Wie blöd bin ich? Eiskalt habe ich es verstanden. Wie scheiße bin ich. Aber egal, hier kriegt man wenigstens noch ein paar Leute. Museum, Reifen. Da kommen immer das halt mal mit. Ich denke, das könnte uns sehr nützlich werden. Komm, jetzt weiter geht's in der zweiten Welt. So, als Reifen halt, ne? Du Viech. Reifen gibt's eigentlich nicht überall, muss man so sagen. Und ergänzen. So. Das Level ist bis jetzt noch nicht so schwer. Komm. Okay, da kann man ein bisschen mit dem Reifen rumskillen, aber... Allzu lang ist es jetzt nicht. Weil es nicht das reinste Raketenlevel... Ist es auch nett. Soll's auch nett sein. So, geh mir nicht auf den Sack, du Pisse. Okay, das ist jetzt einseitig gehalten. Wobei, hier geht's durch, oder? Kann es sein, dass es hier noch was gibt? Hier, Secret-mäßig. Ah, eine zweite Tür anscheinend. Okay. Welche ist nur die richtige? Das weiß ich nicht. Die linke sieht mir ein bisschen anders aus. Und die führt wieder zurück. Also, denke ich mal, dass die hier richtiger ist. Alter, du Viech. Komm her! So, Bro. Ah, komm jetzt her, Mann! Tornado, geil. Tornado ist richtig geil. Pass mal auf, Bro. Ah, da ist Ufo. Ufo, Bro! Ich liebe Ufo. Das ist richtig geil, diese Fähigkeit, ey. Ich mag die Fähigkeit. Ah, ich bin so blöd für diese Fähigkeit, um sie zu behalten, Mann. Ach, komm, jetzt leck mich, du Huhn. Schwert, genau. Bah! Hä? Hört dich doch berührt! Guck, das ist der unfairste Teil des Spiels, muss man so sagen. Es schummelt! Das Spiel schummelt! Abumerang gibt's ja auch noch. Ey, das war das Ding, äh, das glaubst du auch bei Kirby Superstar. Das ist eher diese Fähigkeit, ich weiß aber nicht, wie man die nennt. Okay, ich glaub, ich weiß, wenn, wo das Secret Exit ist, wenn es hier eins gibt. Ihr wisst auch, wo. Glaub ich. Hoffe ich jetzt mal, dass ihr's gesehen habt. Ich bin mir sicher, dass es da hier einen Secret Exit gab. Ja, eindeutig, wir sehen uns gleich. So, was erwartet uns in dieser Tür, Bros? Ich hab keine Ahnung. Ach, scheiße, wir brauchen Hammer schon wieder. Muss das immer sein? So ein Mist ist das. Ach, so ein Kack ist das, Alter. Geht das nicht so, wenn man das da runter macht? Natürlich nicht, Bros. Bis gleich wieder, wir sehen uns mit dem Hammer dort. Boah, das gott verdammt schwer! Ach, meine Fresse, ey, endlich geschafft, bis hierhin mit dem Hammer zu kommen. Eigentlich ist es nicht mal so schwierig, aber ich bin zu blöd dafür, ich bin einfach nur zu viel zu behindert dafür. Aber jetzt haben wir's geschafft und können jetzt rausgehen. Ach, ich liebe deine Mutter. So, jetzt den Kampf gegen einen Bastard. Oh, oh, ne! Oh, ne! Den Wichser muss man natürlich kämpfen. Ach, Gott, ich bräuchte eine gescheite Fähigkeit, Mann. Bam! Auch, hau mal ab, Bro! Hau mal ab, Bro! Das Leben, was du führst, ist... Ach, deine Mutter, Mann! Du scheiß Katzenviech, ey! Boah, ich liebe dich! Und deine fette Mutter, du Wernsohn, Alter! Was ist das für ein Viecher, Alter, jetzt, komm mal an! Bam! Du fettes Viech! Och, Gott, ich will eine scheiß Tomate haben, du Viech! Du bist doch behindert, Alter! Du bist doch geistig gestört! So, komm! Auch Feuerball, okay! Stimmt! Und es hat der Feuerball drauf. Da hat es so eine schlechte Fähigkeit. Warte mal, da unten. Ist es so, oder ist... Ist es... Hat es wirklich wieder auch ein Secret Exit? Mann, es kann doch nicht sein, dass jedes Level jetzt ein Secret Exit hat. Warte, ich bin mir sicher, dass da unten was ist. Komme ich nur da runter. Da unten ist doch was, oder? Könnte mich doch nicht für dumm verkaufen. Alter, bleib mal doch mal ruhig. Nee, da ist nix. Ah, vorbei. Okay. Doch nichts. Aber es könnte hier unten rechts was geben. Da bin ich mir sogar sicher, dass es da unten was gibt auch. Nö, da ist nix. Oder? Nö. Ach Gott, jetzt muss ich wieder dort zurücklaufen. Leck mich, du scheiß Sparky, du Wichser. Och, hab mal ab, Bro. Du stinkst nach Mittelfinger. Ich glaube, das wird jetzt erstmal ein kürzerer Part. Hm. Dieser Part hier, den ich jetzt gerade aufnehme. Und fick dich, ey. Okay, warte mal. Kann es sein, dass wir dich brauchen? Du Pisser. Bam. Komm her, Bro. Ich geb dir gleich eine in die Fresse. Da, da, da. Bam. Bostik. Bada, bam. So, hau mal ab, Bro. Dieses Leben, was du führst, ist ehrenlos. Und die Hammer brauche ich sowieso. Den Hammer brauche ich, glaube ich, sowieso. Du bleibst sowieso nur ein Clown wie Cosimo. Kann man das kaputt machen? Ah, das kann man kaputt machen. Cool. Wusste ich noch nicht. Okay, dann können wir hier runter und da müsste auch was sein, irgendwas. Ja, ich esse Wasser. LOL. Warte mal. Secret gefunden, Bros. Secret gefunden, glaube ich. Das kann nichts Normales sein. Aha. Nein, kein Hammer. Geh wieder zurück. Dummer Hoden. So. Natürlich, das will ich nicht. Das geht doch gar nicht noch. Oh, bist du blöd. Aber jetzt habe ich wenigstens keine Hammer mehr. So. Dann mach das mal. Okay, jetzt komm, mach, mach. Mach das Zündnis an. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, muss ich ehrlich sagen. Alter, komm jetzt mach an, Mann. Hä? Willst du mich verarschen? Hallo? Warte mal. Kann es sein, dass wir hier irgendwas aktivieren müssen? Hä? Wo bin ich jetzt? Hab keine Ahnung, Mann. Das ist hier bestimmt. Hey, da ist nix. Da, ah, net. Da ist... Das geht bestimmt nach links hier zum One-Up. Hä? Willst du mich verarschen? Wo ist jetzt das scheiß One-Up-Pair? Ah, da geht's auch noch rein. Ah, das ist richtig geil gemacht hier auf jeden Fall. Und das verstehe ich immer noch nicht. Ganz wirklich, muss ich sagen. Okay, wo ist die nächste Tür? Da ist sie schon. Welche Tür führt uns überhaupt? Äh. Ach, scheiße. Warte mal. Da rechts führt es uns hin. Das heißt, es ist ein ganz normal Raum. Wie ist ein ganz normal wieder dort, wo wir waren? Da sollten wir aber nicht sein. Ich will da gar nicht sein. Versteht ihr? Wird da gar nicht sein. So, Feuer kann, glaube ich, das auch kaputt machen. Geh mal da rein. Aber wie komme ich bitte da drunter, Mann? Das geht doch gar nicht. Das ist ein bisschen tricky hier, muss man so sagen. Okay, warte mal. Das ist ein Secret, glaube ich, jetzt mal. Wir müssen das Wasser irgendwie loswerden noch. Werden wir das Wasser auch überhaupt los, oder nicht? Alter, ich will jetzt mal wieder zurück, Mann. Ich kapiere das überhaupt nicht. Wisst ihr das? Ich weiß selber nicht mal, wo man lachen muss, oder überhaupt. Wie das Secret-Exit überhaupt funktioniert. Der ist am schwierigsten, finde ich. Ah. Hm. Warte mal. Hier könnte irgendwas sein, das uns weiterführt. Das führt uns natürlich weiter. Mann, wieso? Da bin ich so blöd. Das hat eindeutig einen Secret-Exit, aber den werde ich nachschauen, weil der ist einfach nur asozial versteckt. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Was ich machen muss. Okay, Warp-Stern. Geil. Super. Super. Okay. Hier sind wir schon. In der nächsten Generation. Ich hoffe, dass es keinen Secret-Exit hat, aber ich glaube eher schon. Und das ist sogar kompliziertes Secret-Exit. Bin ich mir sicher. Alter, leck mich jetzt, du Hoden. Nicht vom Ziel, nicht vom Ziel. Super. So. Ach, fast in die Eins gechartet. So. Wir haben jetzt ein Leben nur noch. Das ist nicht wirklich gut. Ich bin mir sicher, dass das Level einen Secret-Exit hat. Ja. Hat's auch. So. Wir sehen uns gleich wieder. Hier in dieser schönen Welt. In der schönen Level. So. Es. Wir hatten einen Secret-Exit eigentlich schon. Aber ich war zu blöd, um das richtig zu machen. Und zwar war er hier. Wie gesagt, wir haben ihn selber gefunden. Und dann hier rein. Und dann hier rein. Okay. Darauf wäre ich eigentlich selber auch noch gekommen. Moment. Muss ich auch sagen. Aber den Laser muss man schlucken. Und sagen wir es nicht verkackt. Sagen wir es verkackt, Bros. Mach das jetzt doch, du dummer Fetzer, Alter. Du dummer. Erpisse dich. Das will ich nicht haben. Ich will den Laser haben. Der ist ziemlich wichtig. Komm, gib her. Alter, Mann. Boah, so hast du es behindert. Aber wie willst du den überhaupt? Und schlucken diesen Wichser. Meine Fresse, Alter. Komm her. Komm jetzt her. Komm jetzt hoch. Geh hoch, du Pisser. Bitte. Ich vergewaltige meine O. Mein A, 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 A. Geil. So, schluck runter. Und der Laser brauchen wir. Der macht die Feuer in der Kanone. So. Da, hier. Wir hatten ja keine Kanone hier. So, das müsste eigentlich so gehen. Genau. Genau, Bros. So geht das. Und da ist es. Secret Exit. Ich weiß nicht, wieso ich es. Secret Exit nenne. Nennt es einfach mal jetzt. Secret Schalter. Und wir gehen jetzt raus. Und machen jetzt. Ah, schön. Die One-Ups gibt es ja auch noch. Das ist schön. Kirby Kran. So, versuchen wir mal jetzt die One-Ups zu bekommen. Also dieses, dieses große Viech da, äh, schnappen. Und hoffentlich ein One-Up kassieren. Wäre halt cool. Aber ich denke jetzt, nee, sieht nicht gut aus. Da wackelt der Pisser. Wobei, wir haben es geschafft. Two One-Ups, Motherfucker. Die DS war es ja, äh, 20 oder so. Das ist schon ein Level. Das ist schon ein krasses Unterschied. Das ist schon ein krasser Unterschied, Bros. So, die vierte, das vierte Level machen wir auch noch in diesem Part. Klar. Muss sein. Alter, meine Nase juckt. Du Pisser. Ich hoffe, das Level ist wenigstens nicht so schwer und mit Secret Exit bestückt. Weil es nicht leiden kann. So, Alter. Warte, gab es hier unten was? Oben was? Okay. Alter, Mann! Hauf jetzt, du Nerven, Mann. Okay, warte mal, wie kommt man hier runter, bitte? Ich will hier runterkommen, Mann. Was soll denn der Mist? Gibt's hier nix, Alter? Ja, hier, genau. Ich will mal haben. Weil du bist... Eine Hilfe für uns. Du, Bro. Boah, ich weiß nicht. Ich mag diese Level irgendwie nicht. Geht dieser Level hier. Es ist jetzt nur Secret Exits. Und das alles beschissene, Mann. Jetzt mach. Oh, bin ich blöd. Werd' noch ganz normal hier sein können. Aber ich bin blöd. Ich weiß, ich hab's verstanden. Okay, da kommt man nicht weiter. Scheißegal, du nervst mich jetzt nur noch. Komm, das will ich haben. So, dann geht's weiter. Dieser grüne Fluss, ist das... Ist das Wackelpudding, oder ist das ganz normales Wasser? Ich hab keine Ahnung. Was man sich da denken soll. Und hier waren wir stehen geblieben. Oh, geh mal weg, du Pisser, Mann. Aber wir haben jetzt wenigstens nur ein Herz verloren. Alter, das sind drei One-Ups, Mann. So, geh mir nicht auf den Sack, du Pisser. Skilauge. Geh mal nach links lang, Alter. Das ist links. Okay. Ach, nervt mich nicht. Mann, ab, schön. Brauchen wir aber nicht. Okay, ich weiß, dass es... Dass es mich aufregt. Und ich hab's auch verstanden, dass ich das auch immer zeigen muss. Das ist krass, was ich hier machen muss. Und das ist nicht cool, was ich hier alles leide. Mich hier leide. Okay, hier unten ist bestimmt nix mehr. Okay, da ist ein Schwert. Gib mal her, Bro. Geil, Schwert. Und das andere Ding haben wir auch noch eingesackt. Eingesaugt eher. Wie ein Schwert. Was ist jetzt passiert? Atomware Explosionen. Geh mal runter. Genau, und dann gehst du weiter. So, da ist nix, oder? Scheiße, wie komm ich jetzt da? Okay, perfekt. Komm jetzt. Geh und nerv mich nicht. Genau, jetzt geh hoch, geh hoch. Gut. Alter, das macht der Saudi-Erdbeben, ey. Das ist extrem hier, motherfucker. Okay, geh weiter hier. Hm. Ich setze noch gar keine Narben der Zeit. Oder in Secret Exit überhaupt. Alter, hau mal ab, Mann. Hau mal ab. Boah, was soll der Mist? Ich hab nur noch ein Leben, Mann. Geh schnell, geh schnell. Du bist doch behindert, Alter. Du bist doch dumm. Ja, ich bin dumm. Ich hab's verstanden. Ich bin blöd. Ich bin geistig behindert. Ich bin geistig abwesend. Ich weiß. Ich hätt's locker im First 2 geschafft, Mann. Das ist halt kein Problem. Ja, vorm Ziel natürlich. Wie immer. Wie immer, Bros. So. Aber immer noch nicht auf die 1, Alter. Wie soll man auf die 1 kommen? Das ist, glaube ich, so richtig getimed. Muss man das machen. Willst du mich verarschen? Hier gibt's auch ein Secret Exit. Ja, okay. Bis gleich. So, Bros. Hier ist das Secret Exit. Damit hätte ich... Das hätte ich vielleicht auch noch gefunden, aber... Ich weiß selber nicht, warum ich das nicht gefunden hab. Ich dumm Kopf. Ihr sollt echt unsere Augen öfter aufmachen. Ich dachte, es gibt hier halt kein Secret Exit davon. Und... Ja, das denkt man sich halt sowas. Und jetzt machen wir noch dieses Küken hier noch. Was auch immer das war. Ah, das war das hier. Stimmt. Komm, dann machen wir das mal. Und schaffen sehr viele Eier hoffentlich mal rein. Genau. Alter, das geht mal hin. Nach Gott! Scheiße, Mann. Das ist ziemlich schwer, dieses... Was ist, wenn man alle Eier voll hat? Was passiert da? Weiß ich grad überhaupt nicht. Auf jeden Fall im nächsten Part... Sehen wir uns hier in dieser fünften... In diesem fünften Level. Von dieser schönen, langen Welt. Auf jeden Fall haut rein. Ciao! Auf jeden Fall! ... Auf jeden Fall. Vielen Dank.